Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und diesmal soll es um Bodi Linux gehen, in Version 5.1 gerade erschienen und ich habe mir die Version gerade runtergeladen und gestartet. Und das ist der Begrüßungsbildschirm, der euch erwartet, wenn ihr das das erste Mal startet. Es sieht mir so aus, als ob es hier der Epiphany Webbrowser ist oder der heißt glaube ich einfach nur noch Web, also der Standard Gnome Browser. Und hier wird erst einmal grundsätzlich erklärt, was Bodi Linux eigentlich ist, wie man sich mit dem Internet verbinden kann und wie man das System aktualisieren kann. Und dann gibt es noch eine Quickstart Anleitung und ein Wiki. Das ist recht nett gemacht. Da kriegt man erst einmal einige Hinweise, wie man das System benutzen kann, gerade als Einsteiger sicherlich eine interessante Sache. Wie kriege ich zum Beispiel Software installiert und da wird mir hier gezeigt, wie man das Ganze updaten kann via Terminal. Es gibt also kein grafisches Programm. Es wird aber das Bodi Linux App Center beworben, das einem euch erlaubt, Sachen herunterzuladen. Da können wir mal draufklicken. Dann landen wir glaube ich auch auf dem App Center. Es lädt zumindestens. Es dauert jetzt ein bisschen was und da haben wir dann schon verschiedene Kategorien, die man auswählen kann. Ich finde es ein bisschen grell. Das ganze Design ist eigentlich auf dunkel gehalten und jetzt ist dieses App Center so ein bisschen grell gehalten. Das könnte man vielleicht noch verbessern. Hier kann man sich zum Beispiel E-Mail Clients besorgen und dort ist Klaus E-Mail und Thunderbird zum Beispiel mit dabei. Und wenn man da mal draufklickt, kriegt man ein paar Informationen und wenn man auf Install klickt, dann kann man sich das Ganze installieren und muss nur noch ein Passwort eingeben. Und dann legt das ganze Programm los und lädt dann auch herunter. In dem Fall lädt es dann Thunderbird herunter und ich kann sagen installieren oder nicht installieren. In dem Fall sage ich jetzt einfach mal nicht. So, schließen wir mal den Browser. Wir haben also den Browser abgefrühstückt. Das ist eben der Epiphany Web Browser. Das Design ist recht eigentümlich, kommt mit diesem schwarz oder dunklen und grünen Look daher. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Moksha, so heißt der Desktop, ist ein Klon von E-17 und legt hier eine Version 0.3.1 vor. Und hat also die gleichen Funktionen wie Enlightenment DR-17 eben auch hatte. Viele Funktionen und das Theme sehen wir hier. Das ist das Arc Green Theme. Sieht recht ordentlich aus, wie ich finde. In Sachen Programmen, es gibt ja verschiedene Versionen, habe ich ja in meinem Techview Podcast auch schon besprochen. Ich habe jetzt hier die Standardversion mit, ich glaube, etwa 700 Megabyte ISO. Das ist schon ziemlich klein, aber die große ist halt 3,5 Gigabyte groß und bietet halt alles in Sachen Apps mit dabei. Hier haben wir dann Leaf Pad, wir haben A-Render für die Bildschirmauflösung. Wir haben natürlich den Installer. Ich habe es jetzt hier noch nicht installiert, sondern es läuft im Live-System. Wir haben e-Photo zum Anzeigen von Fotos. Wir haben Web als Web-Programm und wir haben Puls Audio. Und den System Tools haben wir Terminology, Synaptic, Network Connections, den PC-Man-FM. Der kommt in der GTK-Variante daher, so wie ich das hier sehe. Ja. Und damit kann ich dann also durch das Dateisystem navigieren. Ist ein bisschen schade, weil ich weiß, Enlightenment hat auch einen eigenen Dateimanager, der ein bisschen was besser integriert in das System ist. Aber klar, hier hat man mehr Funktionen. Und da das Ganze bei Moksha auf eben Linebit, der 17 basiert, mit ein paar Veränderungen, ist es halt ein bisschen was eingeschränkt. Der Network-Manager ist hier mit an Bord. Das ist der Gnome eigene. Es gibt ein Clipboard, was mit dabei ist. Und es gibt natürlich auch einen Mixer. Das ganze System läuft mit Puls Audio. Es gibt einen Kalender, wie man hier sehen kann. Und ein paar Apps werden hier vorgeschlagen. Terminology als Terminal-Programm, eines meiner Lieblingsprogramme, wenn es um Terminals geht. Da kann man also eine ganze Reihe an Sachen verändern. Und das ist, glaube ich, sogar die neueste Version, genauer 1699, also eine ziemlich aktuelle Version des Terminal-Emulators. Ansonsten gibt es hier Places. Da haben wir Home und Desktop. Und wir haben noch ein paar Laufwerke, beziehungsweise Wechseldatenträger. Wir haben einen Quick-Launcher. Mit dem kann man halt eben Suchen starten und Programme installieren oder auch in Einstellungen springen. Dazu gibt es hier die Einstellungen. Und da kann man auch nach Einstellungen suchen oder nach Extensions suchen, die man hinzufügen kann, wenn man denn möchte. Oder es gibt auch einige Plugins. Und da gibt es zum Beispiel Plugins für das Bearbeiten von Windows, also von Fenstern. Oder eben auch, man kann auch einfach sagen, ich glaube, es war gleich 2 plus. Es war gleich 2 plus 2. 2 durch 2. Zum Beispiel, man kann auch rechnen damit. Also es ist ein kleiner Launcher, den man also ganz einfach hier benutzen kann. Body Linux kann man natürlich auch installieren. Dazu gibt es einen Installer, den ich mal starten kann. Das braucht ein bisschen was. Und ja, das ist dieser Installer hier. Ich erinnere mich, ich glaube, das ist der normale Ubiquity Installer, der hier verwendet wird. Das ganze System basiert auf Ubuntu. Können wir uns gleich mal anschauen. Das ist Ubuntu 18.04 Bionic, worauf das Ganze basiert. Also eine Ubuntu-Version, eine stabile Ubuntu-Version, die auch mit Hardware-Anpassungen und weiteren Hardware-Extension-Packs oder sowas, also HWE-Packs daherkommt. Die zum Beispiel den Kernel und das X-Org aktualisieren, um dann ein besseres Nutzungserlebnis zu zeigen. Ja, die Einstellungen. Jeder E17-Nutzer wird sich damit zurechtfinden. Da ist also wirklich nichts großartiges Neues mit an Bord. Wir haben also hier die Möglichkeit, das Look anzupassen, das Look und Feel anzupassen. Da gibt es einige. Ja, da gibt es eigentlich nur das Pudi-Background, also das Warp-Paper und nicht wer. Man kann natürlich sein eigenes Bild als Bild setzen, wenn man dann möchte, oder seine Farbe festlegen. Ich habe da ja schon mal E17 ausführlich vorgestellt. Das wird sich hier alles fast genauso verhalten. Man kann hier das GTK-Theme einstellen und die Icons kann man auch einstellen. Das sieht eigentlich recht gut aus. Man kann das Theming anpassen. Da gibt es also auch nur das Default und das Moksha Arc Green. Die Farben kann man anfassen. Die Fonts, das heißt die Schriftarten lassen sich anpassen. Die Fensterrahmen und natürlich auch Transitions. Also wie soll das Ganze aussehen, wenn ich von einem Desktop zum nächsten wechsle beispielsweise. Also in dem Fall ist das einfach so. Und das kann ich natürlich auch ändern, indem ich dann einfach... Das ist natürlich immer so das Problem, das hatte ich schon bei E17 kritisiert und das haben sie bei Moksha einfach nicht behoben, ist, dass ich einige Fenster gar nicht verschieben kann. Desk Change und da kann ich V-Swipe machen oder kann ich auch ein Crossfade machen oder was anderes. Also da kann ich einfach einstellen, was ich denn haben möchte, wenn ich eben einen virtuellen Desktop wechsle. Scaling und Startup. Startup habe ich die Möglichkeit nochmal den Startbildschirm zu ändern. So sieht der Startbildschirm hier aus. Im Kleinen seht ihr das Ganze. In Sachen Apps habe ich auch die Möglichkeit ein paar Launcher noch anzupassen und Screen Log App einzustellen. Auto Startprogramme einzustellen und verschiedene Desktop Environment, also verschiedene Desktop Laufzeitbibliotheken zu laden. Cardi und Gnome in dem Fall. Sachen Screen gibt es keine Möglichkeit, den Bildschirm anzupassen und die Auflösung. Schade. Da muss man, also man kann das Blanking zum Beispiel, also das Ausschalten des Displays einstellen. Da fehlt mir ein Tool, um das Ganze zu machen. Das gibt es jetzt hier, glaube ich, unter Preferences. Da gibt es A-Render. Wenn man schon einen eigenen Desktop macht, da kann man auch wenigstens hier die Einstellung ein bisschen was aufräumen, weil das ist wirklich alles hier im Grunde genommen genauso wie E17 damals schon war. Da hat man also nicht großartiges viel geändert. Schön finde ich, dass man hier Module hat, die man anpassen kann, die man laden kann. Da gibt es also eine ganze Reihe. Das sind sowas wie Widgets. Und da hat man die Möglichkeit, verschiedene Sachen einfach zu starten und zu laden. Unter anderem kann ich zum Beispiel mit CPU-Frequenz laden. Und dann wird mir das hier im Panel, in der Shelf angezeigt. Und da habe ich dann die Möglichkeit, Sachen zu ändern und mir die Geschwindigkeit anzeigen zu lassen. Ich kann die Temperatur anzeigen lassen oder beim Laptop natürlich auch den Akku anzeigen lassen. Jetzt bei dem Fall ist das, glaube ich, hat der den Akku nicht erkannt. Aber ja, so funktioniert das im Grunde genommen. So habe ich die Möglichkeit, dort einfach Sachen zu ändern und anzupassen. Desktop-Icon kann ich anblenden, einblenden, kann ich einmal laden und dann sehen wir hier die Desktop-Icons. Und wenn ich da doppelt drauf klicke, öffnet auch tatsächlich der PC-Man FM. Das heißt, Desktop-Icons funktionieren ebenfalls, falls ich das möchte. Ich habe auch noch verschiedene Launcher, Quick Success und den Everythings startet, den wir gerade eben schon gesehen haben. Und ja, das sind also im Grunde genommen fast alle Möglichkeiten, die ich hier habe, wenn es um Widgets geht. Natürlich kann ich noch die Shelfs verändern. Ich kann einen neuen Shelf anlegen, falls ich möchte. Was mir so ein bisschen fehlt, das, was ich bei E17 so geil gefunden habe, war dieses Dock-ähnliche. Shelf war es, ich weiß gar nicht, oder ein Gadget. Nee, ein Gadget war es nicht. Und damit konnte man auf jeden Fall ziemlich ein macOS-ähnliches Design zum Beispiel aufbauen, konnte das unter den Einstellungen dann auch, oder war System, oder Settings hier, konnte man es unter Profile dann auch abspeichern und dann zum Beispiel ganz einfach ein eigenes Profil erstellen mit seinen Desktop-Eigenschaften, mit seinem Shelf konfiguriert und jedes Mal wechseln, je nachdem, was für ein Nutzer denn da gerade online ist oder was man für ein System gerade vor sich haben möchte. Ja, das ist im Grunde genommen Body Linux 5.1. Da ist also eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Eigenentwicklungen sind sehr rar gesät. Vieles, was da als Eigenentwicklung gestartet worden ist, ist leider rausgeflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist ein erstes solides Release der 5.1er-Version. Hoffen wir mal, dass die Entwicklung wieder anspringt und das Ganze dann weiterentwickelt wird, aber ich sehe momentan nicht den großen Vorteil, den Body Linux mit Moksha gegenüber einem normalen Enlightenment, der, ich glaube, sind mindestens bei 0.22 angekommen, also Enlightenment 22, haben soll. Aber ihr könnt mir das ja im Kommentarbereich posten, was ihr von Body Linux haltet. Ist es zumindest eine interessante Distribution, falls ihr ältere 32-Bit-Rechner noch habt. Da gibt es eine extra Version, die angeboten wird, die ebenfalls sehr flüssig läuft, auch auf ältere Hardware. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ansonsten kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, das hier wirklich auch als normales Betriebssystem nutzen zu wollen. Da gibt es einfach viel zu viele Sachen, die ich noch konfigurieren muss und einfach viel zu viel, was einfach fehlt. Aber ja, ich freue mich auf Kommentare, Fragen und Anregungen, was ich vielleicht als Alternative testen könnte. Was ebenfalls mit, gibt es eine andere Distribution, auf die ihr auf Moksha setzt oder noch auf Enlightenment 17 setzt oder einen Fork davon. Würde mich mal interessieren. Alles im Kommentarbereich und bis zum nächsten Mal. Ciao. snowpack I horn w conc тор sewation quatro drei keeper